Ann-Kathrin und Mario, ein Baby direkt nach der Hochzeit? Folgt bei Ann-Kathrin Brömmel, 28, und Mario Götze, 25, nach der Hochzeitsorganisation die Familienplanung? Das Promi-Paar wird sich nach der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft das Ja-Wort auf Mallorca geben. Während sich der Kicker aktuell auf das Training für das Turnier in Russland konzentriert, dreht sich bei dem Model alles um die romantische Trauung. Doch trotz all des Stresses verliert die 28-Jährige das gemeinsame Leben nach der Heirat nicht aus den Augen, und Kinder gehören bei diesen Plänen absolut dazu. Gemeinsamer Nachwuchs war bei uns schon immer ein Thema. Schon am Anfang ihrer Beziehung haben sich die Turteltauben darüber unterhalten, klar ist, dass an dich mehrere Kinder haben wollen. Wir haben früh angefangen, darüber zu sprechen. Das ist der wichtigste Punkt, über den sich ein paar einig sein muss, erklärt die 28-Jährige in einem Bunte-Interview. Konkrete Bar-Bü-Pläne hätten die beiden im Moment jedoch nicht. Bereits vor zwei Jahren verriet im Promiflas-Interview, dass sie auf jeden Fall mehrere Kinder mit ihrem haben möchte. Ich selbst habe drei Geschwister. Wir waren zu viert zu Hause und ich möchte unbedingt später auch ein volles Haus haben, schwärmte sie von einer großen Familie. Wir waren bei uns schon immer ein paar Tage. Ich möchte meine Arbeit und ich möchte, weil sie ein bisschen wehren und das so weiterklarieren. Und noch einmal so, wirst du nach dem Produkt die Beziehung einer der gesamte Familie. Ich möchte die Beziehung aber einfach nicht auf die Kinder, weil sie auch nicht auf die Kinder werden müssen. Ich möchte jetzt die Beziehung, wirst du nach dem richtiger Hinweis zu retten. Die Verhältnisse sind die Beziehung von Schroßen und die Beziehung anwohnern. Beziehung des Beziehungs-Acheinen Desteknellen. Untertitelung des ZDF, 2020